GAU Raketenset R15 Schnelle aber kurze Flugbahn und ein satter Zerleger mit großem Bouquet Wow, ja GAU typisch eben Oh, so dunkles Kohlegold, keine Ahnung ob man es jetzt gesehen hat oder nicht War jedenfalls schön Und genau dieselbe nochmal Und die letzte, sechs Raketen insgesamt im Set Echt derbe Raketen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020